Fast 100 Millionen Euro Minus. Metin Yasin aus Düsseldorf traut seinen Augen nicht, als er vor einigen Tagen an diesem Automaten Geld abheben will. Das Millionen-Minus kann er sich nicht erklären. Ich habe normalerweise mein Geld drauf, mein Konto. Das war's. Ich habe keine Schulden, nichts. Deswegen bin ich schon seit fünf Tagen kein Schlafen und keine Kraft. Der 36-Jährige verdient sein Geld in einem Dönerladen. Doch auf das Gehalt kann er seit fast einer Woche nicht mehr zugreifen. Selbst die Miete für seine Wohnung kann er nicht mehr zahlen. Doch wer ist schuld an dem Millionenfehler? Fassungslosigkeit bei ihm und seinen Freunden. Oh mein Gott! Minus 100 Millionen Euro. Ich bin auch richtig schockiert. Metin Yasin möchte eine Erklärung, versucht vergeblich in der Bankfiliale den Fehler aufzuklären. Hier kann niemand dem mutmaßlichen Millionenschuldner eine Auskunft geben. 100 Millionen Euro Minus mein Konto und immer noch keine einzigen Mitarbeiter helfen. Fast 100 Millionen Schulden. Eine unfassbare Summe. Yasin müsste jedem einzelnen Bewohner Nordrhein-Westfalens zwei Döner verkaufen, um etwa auf die Summe von 100 Millionen zu kommen. 100 Millionen Minus. Oh Gott. Ich würde meine Bank anrufen, schätze ich. Und versuchen, das aufzuklären. Gut, das ist ja eine unlogische Summe, 99 Millionen Euro. Da müsste die Bank ja selber wissen, dass da irgendwas nicht stimmt. Gemerkt hat die Bank das aber eben gerade nicht. Oder etwa doch? Zwar gibt es wegen des Bankgeheimnisses keine Details zu dem Fall, aber unsere Nachfrage bei der Bank ergibt, solche Millionenbeträge sind keine Seltenheit. Es heißt, die Bank mache das, wenn ein Konto gepfändet werden soll, damit der Kunde kein Geld mehr abheben kann. Wörtlich heißt es, wir nutzen hierfür eine Kontosperre in Höhe des maximal buchbaren Betrages. Sie können daher bei Abfragen am Geldautomaten ihren Kontostand nicht mehr erkennen. Von einer bevorstehenden Pfändung weiß Metin nichts. Klar ist, er ist definitiv nicht über 99 Millionen Euro im Minus. Und deshalb ärgert ihn das Verhalten der Bank. Ich bin schon immer noch böse, weil es keine Hilfe bei mir, keine Mitarbeiter, keine Helfen. Aber auf jeden Fall, ich tausche meine Bank. Ob es für den irrtümlichen Millionenschuldner mit in Yasin allerdings so leicht sein wird, eine Bank zu finden, die ihm ein neues Konto eröffnet, ist fraglich.